Haben nur Frauen gekocht, Frau Erwinnen? Bei uns daheim war die Großmutter und die Mutter, die haben da gekocht, aber der Vater ist ja die ganze Woche als Holzknecht irgendwo in der Sternkorm oder auf der Abwand nachher ausgeblieben, im Tug, und die haben selber gekocht, zum Mittag die Holzknecht, ganz einfache Speisen zwar nur, und bei uns war es so der Brauch, wir haben einmal in der Woche, am Mittwoch, haben wir ihm in einer großen Kammel, haben ihm eine Gemüsesuppe nachgetragen, weil das war ihm das allerliebe Nörgerte und den ganzen Wochen essen. Dafür hat uns er dann, uns Buben, im Tug getan, also am offenen Feier, ein Schmarrn gemacht. Sie haben gerade gesagt, Ihr Vater hat einfache Speisen gekocht, was waren das für die Speisen und was ist überhaupt ein Tug? Ja, ein Tug war die Rindel, die sich die Holzknecht im Frühjahr gebaut haben, und zwar war das nicht nur ein gewendlicher Unterstand, so wie man es auch bis in die letzten 20 Jahre noch gesehen hat, sondern der war richtig massiv gebaut, mit Rinden deckt, mit der Lasten, heißt das in der Lundart, hinten war zum Schlafen die Bogorod, in der Mitte ist ein großes Essen gestanden, und drüber war ein großes Gestöbe, wo man das Holz oben gehabt hat zum Trocknen, da haben sie auch das nassige Gewand aufgehängt. Und dann in dem, in die Essummatum, waren ein paar so Stangen eingeschlagen, mit beweglichen Querstangen, ein Gock hat das heißen, das gibt es halt in die Heimatmuseen, kann man das noch sehen. Und in dem hat man die Pfannen einhängen können, und die haben dann eingeschwenkt worden über das Feuer. Na und was hat das der Holzknecht da gemacht? Er hat sich mit Mehl und Wasser und Salz einen kleinen Torg gemacht, das war in einer Hütze, eine sogenannte Torgschüssel. Ich habe es von meinem Vater aufgeholt, die gibt es noch, und da hat er dann mit einem Löffel, hat er dann diesen Torg rausgefahren und hat ihn ins Wasser eingeschmissen, das sind dann die Spatzen geworden, und die sind dann nachher im heißen Feld noch einmal rausgebraten worden. Und im Sommergewandli, das habe ich auch oft beobachtet, haben die Holzlecht zum Beispiel ein Kraut mitgehabt, schon ein früher Kraut, und haben sich das auch zusammengeschnitten und heiß überbrüht, und da haben dann einen Speck reingeschnitten, recht viel anders. Es hat sich gegeben, und vor allem, das war das Gaudigste, der Kaffee, und der war grundsätzlich nur ein schwarzer Kaffee, und das war auch kein Bonnen-Kaffee, sondern Karo-Frank und Dietzel Gold und wie das dazu einmal alles geheißen hat, und das war so eine schwarze Brille, die aber wir Buben auch mit dem Schmarrn mit begeistert gegessen haben dabei, das war klar, und alles war knapp im Ducke da, und zum Beispiel das Wasser, da haben sie jeden Tag einen herhöhnen müssen in die Lageln, und da ist halt auch Sparsam umgegangen worden da, beim Anwaschen folgen sich das auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.